Ich habe auch mal richtig ein Topf. Ich bin ein paar Sachen drin. Ja, aber es ist schon ein Endplus-Marathon. Du lässt es in der Tasche, wo das rausfallen kann? Oder wo ist es noch im Kumpel? Es ist noch 30, Leute. Es ist noch 30, Leute. Oh, hör auf, Alter. Das ist ein ganzer Tag. Das ist jetzt so. Dann hast du doch mal die Tasche, Alter. Weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn einer neben dir sitzt... Ey, 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 ey. Ey, fang mal an, ey, ey. Warte mal, ey, ey. Schlimmer ist... Diesmal warst du nicht gemeint. McKinley. Er meinte... Er meinte... ...jemand, der neben dir sitzt und dem Volltext... Er meinte... Damit meinte er diesmal zu. Er meinte... Er meinte... Er meinte...